Nescafé Orient Mocker 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 Nescafébut Nescafé Pierce fliegt und von außen schützt. Polykur-Spülung. Die Repair-Pflege für Ihr Haar. Silhouettes. Das ist die Binde mit der speziellen Top-3-Oberfläche. Anders als bei herkömmlichen Binden hält sie die Nässe weg von meinem Körper auch an stärkeren Tagen. Damit fühle ich mich immer sicher. Und trocken. Silhouettes. Trocken, sauber, einfach, sicher. Und jetzt neu. Silhouettes Ultra. Unglaublich dünn und sicher. Ein Tick-Tack erfrischt meinen Atem zwei Stunden lang. Bei gerade zwei Kalorien. Parabrese. Mami, die Wähler. Christ, die sind doch viel schöner. Bei Früchten sind sie wählerisch und bei Saft. Wieso? Saft ist doch wohl Saft. Oder meinen Sie vielleicht frischgepressten? Frischgepressten nicht, aber Valensina. Denn der schmeckt fast so. Jetzt passen Sie mal auf. Darf ich? Hier, Ira. Mal sehen, ob deine Mutter eine Feinschmeckerin ist. Ja. Hier, Valensina. Mh, tatsächlich, den Unterschied schmeckt man. Der schmeckt ja fast so gut wie frischgepresst. Mh, das kommt von dem Anteil Spätafelsinen in Valensina. Die tanken einfach länger Sonne als die meisten anderen. Mh, die nehmen wir jetzt immer, Mami. Entweder frischgepresst oder Valensina. Dittmeiers Valensina. Heute Abend bei Stern TV. Das Erlanger Baby ist tot. Und was passiert mit der nächsten Hirntotenschwangeren? Misswahlen sind out. Jetzt zählt das Gesicht des Jahres. Europas Tierschützer klagen an. Unsinnige Viehtransporte kreuz und quer durch Europa sind Tierquälerei. Studiogast. Der deutsche Formel 1 Senkrechtstarter Michael Schumacher. Diese und andere Themen heute Abend in RTL bei Stern TV um 22.15 Uhr.